Da, aber da komm ich nicht hin. Hm. Ah, ja. Wo kriegen wir den Strom her? Ist das denn nicht irgendwie möglich, das hier auseinander zu ruppen und... ... 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 Phobos und Di-Mos oder Deimos, weiß ich jetzt nicht. So, das bringt mich aber nicht wirklich weiter. Ich weiß nicht, wie ich das Stromkabel... Hier. Ich will doch einfach nur das da an das da. Ich will doch nicht. Hmm... Am Schalter kannst du es nicht machen. Ich probiere es mal, aber... Ob das nur so ein Umschalter ist, oder? Nee, hier geht gar nichts. Aber das war eine gute Idee. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Hier sieht man aber nichts. Gar nichts. Und was hat das hier mit den Zeichen auf sich? Oder kann ich die... Kann ich mir da noch was angucken? Man kann da auf jeden Fall noch was dran machen. Mal hier mal das. Das andere gibt es nicht. Das sind doch auf beiden die gleichen, oder? Ja. Fehlt da nicht noch ein Planet oder so? Ich glaube, beim Teleskop ist noch nicht bis durch... Aber wo kriege ich den Planeten denn her? Ich denke mal, den Planeten werde ich von da bekommen. Aber um das da zu machen, brauche ich Strom. Und den habe ich nicht. Und den habe ich nicht. Ach, Leute. Habe ich ja nicht schon vorhin mal draufgeklickt? Moment. Oben gab es ein Sternsymbol. Hast du das Zeichen neben dem Stern betrachtet? Ja. Das war das eine, was ich da eingestellt habe. Moment. Ah. Äh. Das da war das. Hm. Hm. Ich hatte ja gedacht irgendwie, dass ich dann dieses komische Zeichen da habe und dann hier das andere Zeichen oder halt andersrum. Aber das andere Zeichen gibt es nicht. Oder habe ich mir das falsche Zeichen gemerkt? Das durchgestrichen und das habe ich auch genommen. Dann hätte ich mir vielleicht die Dinge mal ein bisschen genauer angucken sollen. So. Okay. Guck mal, wir kommen weiter. So, was war das? Die komischen Striche da. Hab ich doch. Achso. Guck mal. Das ist schon eingestellt. Achso, das war gar nicht eingestellt. So. Ah, guck mal, wir haben Strom. Fantastisch. Achso. Achso. Wie ist denn noch mal unser Zeichen? Da gibt es doch so ein Zeichen. Das müssen wir immer... Mann. Achso. Okay. Ah! Komm der Sache näher. K. Uh-huh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020